Heute zeige ich euch mal, was ihr gegen die Tränenspur bei hellen Hunden machen könnt. Alle Hunde haben die, aber man sieht es natürlich im hellen Fell am meisten. Die Tränenflüssigkeit reagiert mit dem Fell und es bildet sich eine dunklere Farbe. Es gibt hier solche Sachen, die sind speziell für Hunde. Sieht zwar aus wie aus einem normalen Menschenbedarf, aber damit kann man zum Beispiel eben die Verkrustungen schon mal abmachen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Tricks. Neben dem Altherbekannten, wir nehmen ein Tüchlein und wir nehmen zusätzlich noch ein Augenreinigungszeug, wo man einfach nur den normalen Dreck mit abbekommt, gibt es zum Beispiel ein Öl. Das Öl kann man auf die Tränenspur schmieren und dann läuft die Tränenflüssigkeit einfach oben drüber ab. Aber Fun Fact, das helle Fell ist an der Stelle natürlich erst recht dunkel. Es ist ja ölig, sieht also nicht so toll aus. Deswegen würde ich euch empfehlen, kauft euch mal Puder. Und dieses Puder, das absorbiert einfach die Tränenflüssigkeit. Das Gesichtchen bleibt trocken, die Haare verfärben nicht, alles bleibt sauber und der Hund sieht sehr viel schicker aus. Es ist ungefährlich, es ist schlussendlich wie Babypuder. Das streut ihr auf und arbeitet das mit dem Pinselchen ein. Was man außerdem probieren kann, aber es klappt nicht immer, ist zum Beispiel ein Pulver, das dem Hund eingegeben wird für eine Weile und dann nur noch einmal die Woche. Das hat bei ihr nicht wirklich so viel gebracht, aber das verändert die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit, sodass das Fell nicht mehr sich verfärben wird, wenn die Tränenflüssigkeit draufkommt. Also die Kombination aus diesem Augenreinpulver und dem Puder hat bei Susi dazu geführt, dass sie die Tränenflüssigkeit hier nicht mehr so stark in den Haaren hat und sie sehr viel schicker aussieht an der Stelle. Aber wenn sie jetzt richtig feuchte Augen bekommt und die Tränchen laufen, dann wird es natürlich wieder ein bisschen dunkler. Muss man eben mit leben oder man trägt es ein bisschen in der Gegend rum. und dann wird es natürlich im Moment und dann wird es natürlich in der Gegend rum.